wir sind in der schnell suche ich habe kurzerhand einer gruppe angeschlossen nach dem neustart warum nicht dann kriege ich durch Stimpeck 100% mehr erfahrung und hier 50% erfahrung also 150% mehr erfahrung dann 150% mehr gold ähm ja wieso nicht ähm stört ja jetzt weiter niemanden ähm ja leider kann ich dann eben nicht in den gewerteten Spielen spielen weil da würde man dann ähm also falschrum da müsste man kann man maximal in zweiergruppen antreten um es nicht unfair zu machen da war was so und wir sind jetzt bei 160 Sekunden Wartezeit äh bei 117 angekündigten bei dieser Heldenkombination was lustigerweise dann doch beachtet wird mal sehen ob wir die 234 erreichen was das doppelte der Wartezeit wäre oder ob sich die Wartezeit jetzt nochmal verlängert dadurch dass wir jetzt länger warten müssen da habe ich nämlich manchmal das Gefühl wenn man selbst lange warten muss dann schiebt man selbst die äh schiebt man die nach oben so wir sind auf dem besten Weg die Zeit zu verdoppeln was mit 200 Sekunden guck mal einen an so Trell und die Neue ich habe mir jetzt gerade den Namen entfallen ähm ähm kommt aber das hält hohohoho da da ist eine ohja da ist eine Falte die man sieht und äh Sekunde Entschuldigung ach stimmt ich habe ach das ist immer so ärgerlich mit der Neue Moment da ähm so ja da muss man immer den Modus umschau den Modus umschalten mhm Zerreia 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 aber so heißt es ja nicht na guck mal wer da sein äh persönliches Fanbanner hat Kampfhandlungen sind nicht auszuschließen na dann Kampfhandlungen um mich auszuschließen sind dann äh ja alles in Ordnung oder äh gut ähm fünf vier drei zwei eins lokale Kampfhandlungen beginnen ja allesamt in die Mitte ach das ist wieder so eine Karte wo alle sich in der Mitte bashen eventuell schnell und lautlos je nachdem was denn hier los haben wir keine Sylvanas dabei schade ja eigentlich mal was nice aber so schade das hat man wieder nicht hingehauen ich hab meine Attacken zu früh weggegeben so Deppert ist man doch nicht oder oder ein Salto mitten durch ihn durch nicht die ah die blöde blöde 90 90 über den Tod raus naja und immer noch Ah, Moment. Optionen, Grafik, Qualität, extrem. Da habe ich noch... Das ist ja die CPU-Leistung, das kann ich ja machen. Achso, ich kann ja generell jetzt gerade nicht umstellen, ne? Ah ja, der hat einen Sprengkopf. Wie wäre es, wenn ihr den mal killt? Den Rest. Schnell und lautlos. Ah. Ah. Das soll wirklich ein Schaden. Oh, gut. Nein, das war fisch. Ja, das war ein Fehler. Schemkäster. Das war der zweite, ne? Mist. Mist, 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 Mist. Da leben wir ja doch noch besser. Aber da haben wir ja jetzt auch Helden, wo ich... nicht unbedingt... Stattdart. Oh-oh-oh-oh. Das war der zweite, Peter. Nein, komm schon, halt, für Friedenigkeiten, füge Gegner in einen geraden Linie Schaden zu, füge Gegner in einen Bereich Schaden zu und bringt sie zum Schweigen, stößt Gegner in eine bestimmte Richtung, gerade Linie, Fläche und Stoße. Oh, ich habe eine Kombi. Okay, was ist das? So eine laufende Gatling wie bei T-Shows? Zumindest erinnere ich mich das da dran. Das kommt vom Geräusch. Alter, diese Chromie nervt. Sprengkopfbereitstellung fast abgeschlossen. Hm, Chromie. Das Problem ist, die wird da irgendwelche Zeitfallen aufgestellt haben. So. Das ist doch auch verdammt. Ja, 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 ja. Das hättest du wohl gern. Moment, war das ein feindlicher Drache? So. So, Trell, du hättest jetzt... Ihr hättet ja nicht, Chromie, nicht mal kurz anschießen können oder so? Verdammt, Nobat. Ist doch klar, dass er dich erkennt. So, wieviel da war jetzt bei mir? Nr. Nr. 4. Oder auch Convatro, wenn man von Numero spricht. Ach,a, je-Kitter. Ach, komm. Wenigstens sind wir von den EP ganz... Okay. Was hast du jetzt? Nur damit du die Camps wieder einnimmst. Ja, was soll's. Langtiong, Tempel go for it. Ja, okay. Ich bin der Fall von Steuern. Ich bin der Fall von Steuern. Ich bin der Fall von Steuern. Was ist das denn für eine Kuh? Einfach weggeboostet. Was ist denn jetzt? Was ist denn da? Aber wo war ich? Meine Ahnung, wie ich jetzt rechtzeitig... Was ist denn da? Was ist denn da? Ja... Ja... Komm... Also... Es geht doch... Sie können jetzt die Sprengkopfe in Besitz nehmen. Woppa... 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 Jetzt hätte ich mal Lust auf. Na ja, gut. Vier auf Bord. Okay. Das hat mich doch gar nicht getroffen. Ich bin doch da rausgelaufen. Oder zählt das einfach, solange du da drin bist? Ich war ja noch nicht mal lang da drin. Ich war ja noch nicht mal da drin. Ich war ja noch nicht mal da drin. Ist ein bisschen abartig von dir, oder? Das ist tatsächlich gerade gestoppt. Warum auch nicht? Ist das die echte? Ich glaube schon. Dankeschön, das war meine Art. Okay. Das war schön. Okay, das hat mich gerade irgendwer gerettet. Scheint besser. Okay. Danke, dass du es eingesammelt hast. Schade, ne, Mann, ne? Ihr werdet besser. Ähm. Ein verbundetes Fuhr muss befeilt. Feindliche Nuklearverkügel, bestätigt. Das ist ein Wurf. Alter. Das ist ein Wurf. Bestätigt. Sprengkopf erfolgreich ausgeliefert. Bereite nächste Runde vor. On the way. Right on the way. Wir sind da eh im Vorteil. Diese Bossmonster sind so übel. Nein, ich sollte vielleicht nicht so dichter ran. Wenn ich mir den fort sparen können. So. Ich habe viel Leben verloren. Ah. Dieser Mistkerl. 3-7-7. Trail-Out gar nicht mehr rein momentan. Wobei ich eben hier dicht auf den Fersen bin. Da geht's. Da könnte ich noch ein bisschen rausholen. Aber es ist gut, dass wir den Boss haben. Der schafft schon mal einiges weg. Wunderbar. Die Welle greift die mit an. Da ist Nova, der drängt jetzt zurück. Er ist tatsächlich gestorben. Wir sollten dieses Söldnerlager einnehmen. Hier, in der. Ach, was? Warte. Ja, komm schon. Jetzt habe ich wenigstens die meisten Damage-Punkte. Schnell und gut. Oh ja. Chromie. Chromie. Wollen wir noch mal sehen. Ob wir sie nicht kriegen. So close. So close. Bestätige. Ziel ausgeschaltet. Ich kippe jetzt nichts ab. Aber dann muss ich weg. Hm. Lieferung abgeschlossen. Wie geht das denn? So. Automatisch angucken. Wie kurz sind die Abklingzeit? Und das massiv. Relativ massiv. Was dann für mich doch dann sehr praktisch ist. Da muss man ein bisschen mehr leben. Wäre schon ganz gut. Oh, ein Abflug. Abflug. Jetzt kann ich gucken. Ja, die EB habe ich fast aufgeholt. Den Tower. Hm. Ob ich den mit zweimal Ulti gekriege? Klar, ich bin mit den Kills und Assists bin ich diesmal nicht so gut dabei. Wir haben gute Gegner. Ich werde diese Idee. Ich werde diese Idee. Ich werde diese Idee nicht ab, um. Oh nein, wirklich. Mann, hättet ihr mal auf den Tastenaschlag reagiert, dann wäre man durch gewesen, oder wäre ich weg gewesen. Oder vielleicht klicken, wie auch immer. Ich weiß nicht, was los ist. Das Ganze läuft auf 25% Leistung bei der CPU und die sagen mir, die Leistung ist gedroppt. Wobei ich das Overclocking nicht zurückgenommen habe und wenn ich hier fühle, würde ich mal sagen, dass die 40 bis 50 Grad momentan das Kühlwasser auch fast erreicht hat. Naja. Die kannst du auch total sinnlos einsetzen, wenn man das macht. Die Sprengköpfe können jetzt von Ihnen in Besitz genommen werden. Wenn man das mal so überlegt, weil die kann man ja setzen, wie man will. So wie ich es mitbekommen habe, kann man ja auch gegen Finder einsetzen. Das ist natürlich... Dann wäre mein Sprengöpfe ein bisschen blöd, aber... Wieso nicht? Wieso nicht? Show me. Ah, wenn man einen Träger tötet... Dann... Dann kriegt man das. Natürlich nicht schlecht. Ich glaube, diesmal mache ich das wirklich, dass ich die Geschwindigkeit nehme. Ah, scheinbar besser. Ups, jetzt weiter ging da hinten. Dann... Dann... Uh... Uh... Na gut, bevor man es irgendwo verschwendet... Ich muss mich zurückziehen. Wenn man es irgendwo verschwendet... Ist das dann... Oder... Den Gegnern überlässt, verschwendet man es lieber so rum. Gehen wir. Das ist eine Spaß-Map, sagt Illidan. Warte mal, na gut, 18 Assists. Alter... Das ist gerade mal eine heftige Welle, die sich da durchkommt. Äh... Vielleicht kriege ich ja... Den... Okay... Den ein bisschen geärgert. Upsa... Da würde ich... Würde ich lieber aufpassen. Und den mal kurz hier... Hm... Ja, meiste... Ich bin nicht am wegrennen, oder was? Ich bin nicht am weg, oder was? Ich bin nicht am weg. 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 Du bist nicht am weg. Ich bin nicht am weg. Ach, schade. Nein! Was war... Wo... Was war das dann? Sie sind am weg. Ihr solltet eure Technik verbessern. Sprengköpfe bereitgestellt. Bitte bilden Sie eine geordnete Warteschlange zu Ausgabezwecken. Ja, ich brauche Idee. Ich brauche Idee. Ach, naja. In Ordnung. Alle Sprengköpfe wurden erfolgreich ausgeliefert. Schlecht. Ich breche aus. Hm, soll nicht. Soll Diablo da kommen? Feindliche Nuklear-Opte werden gesteckt. Nice. Ups, jetzt sollte ich hier raus. Alter. Halt die mich nicht? Der erste vielleicht, naja. Ups. Dein Nächsten Mal klappt es bestimmt. Mist. Wie sieht es eigentlich aus? 4, 15, 9. 30, 20, 20.000. Juhu. Ja. Das geht noch. Das geht noch. Ich meine, es geht schlimm. So. Ja. 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 Der Schwafel von Käsekräckern. Käse. Nein. Käse. Käsesuppe? Gibt das Sinn? Ich glaube nicht. So. Die sind... Ja. Warte. Time. Äh, äh. Chromie. Chromie zerlegt. Schick mir sie zur Hölle. Chromie. Die neue Nervensäge. Ich muss hier oben rum. Hier mitten durch würde es zwar auch gehen. Als direkter Weg. Ah, ne. Das funktioniert auch so. Oh. Was ja das Schöne ist. Ich kann ja jetzt meine Ulti öfter einsetzen. Weil meine Autoangriffe da ja mithelfen. Das hier ja auf die Beine zu stellen. Das sind hier durchaus. Wow, 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 wow. Was soll das denn jetzt? Das ist doch echt... Was soll das denn? Hinweis, Sprengkapfe wurden bereitgestellt. Ende der Nachricht. Wow. Ich habe echt nicht mehr Leben verloren. Ah, ah. Nein. 1510. 156. Die haben mich ja Diablo. Oh. Ah, nee, ich krieg keine Auszeichnung, ich bin überhaupt kein Blumentop. Überhaupt nicht. Was, ja. Machen wir es mal so. Eppig bist du mit 5, 6, 8, ja. So close, so close. Nein, ich hab's geschafft. Ah, Heldportrait, Heldenportrait. Nein, Elite, wo ist die? Nein, die doch nicht. Äh, gerade gewonnen. Ähm. Hm. Das ist die Frage.